Aloe Vera. Wenn man sich einmal mit dieser Königin der Heilpflanzen beschäftigt, dann kommt man um Fairway nicht herum. Fairway hat hier ein Original erschaffen, an das bis jetzt noch niemand rangekommen ist. Was ist das einzigartige an unserem Fairway Drinking, Aloe Vera Drinking Gel? Ganz klar die Qualität. Biozertifiziert aus ökologischem Anbau und wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Pulvern zu tun, die dann noch mit Wasser aufgefüllt werden oder durch Wasser gestreckter Aloe Saft. Nein, 100 Prozent naturreiner Biosaft der Aloe Vera Pflanze. Übrigens auch frei von chemischen Konservierungsstoffen, die reine Natur und als wäre das nicht genug, ist das Ganze noch veredelt. In diesem Fall mit Cannabis. Cannabis, übrigens da bitte keine, keine Sorge. Einige verbinden das ja ein wenig mit THC, mit berauschender Wirkung. Das ist hier überhaupt nicht drin. Nein, das Beste aus dem Cannabis, das heißt dem Hanfsamen. Und der hat den großen Vorteil, dass er Ballaststoffe mit sich bringt. Die brauchen wir für unsere gesunde Verdauung. Bringen auch noch richtig viel, wenn es darum geht, eben die Verdauung anzukurbeln und all die tollen Wirkstoffe, die die Aloe Pflanze sowieso schon hat, auch noch zu verarbeiten. So, das Ganze ist 100 Prozent Natur. Deswegen mein Tipp immer, vor jedem Anbrechen einmal schütteln, damit sich diese puren Wirkstoffe dieses Vitalgetränkes alle miteinander verbinden. Dann die Flasche öffnen und dann dreimal täglich, das ist die empfohlene Dosierung, 30 Milliliter dieses puren Biosaftes zu sich nehmen. Und schauen Sie sich das mal an. Wenn wir jetzt mal näher drankommen mit der Kamera, dann sehen Sie auch wirklich, dass hier richtige Partikel sind. Sehen Sie das? Das ist pures Aloe Vera Gel. Übrigens, bevor wir hier die Aloe Blätter verwenden, sind die so durchschnittlich vier bis fünf Jahre gereift, haben also über 10.000 Sonnenstunden getankt und haben damit alle Vitamine, alle Spurenelemente mittlerweile über 200 Wirkstoffe nachgewiesenermaßen. Gesüßt ist das Ganze mit Bio-Honig, deswegen schmeckt das auch ungemein lecker. Was sage ich lecker, super lecker. In diesem Sinne, auf die Gesundheit, wenn es um Aloe Vera Drinking Gales geht, dann gibt es nur einen, das Original von Fairway.